So. Uhhh! Du hast freiwillig eine beschädigte Umgebung, um uns zu testen. Das ist so nicht cool! Nun, ich glaube es scheint so zu sein. Wenn es gut ist, kannst du mir sagen. Kite erklärt die Situation. Ich sehe, diese Welt ist wahr. Das ist alles sehr interessant. Ich wusste nicht, dass Orca aus dem Azur-Sea in dieser Situation war. Okay, wenn das so ist, dann werde ich dir helfen. Ich entschuldige, dass ich dich testen werde. Das sind die Daten, die ich auf dem Epitaph von Twilight habe. Und nimm es. Was? Deine Geschichte war viel interessanter als das Etat. Ja, Funkenpferd. Ist das ein richtiger Gegenstand eigentlich? Wiss ich auch nicht. Gleich mal Gloopschen. So, was ist das? Tatara. Heavy Blade. 24, 18. 24, 18. 24, 18. 24, 18. Alter! Warum wolltest du das eigentlich haben? Ja? Was ist denn? Geschenk! Yep! Du sch... Ja! Wie ein vernünftiges Schwert! Ach, hier, Wiseman hat mir geschrieben. So, ach, hier, hier, warte, 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 dich. Handeln. Ähm... Longarm. Ich nehme Holz. Ah ne, jetzt hat's ja schon bekommen. Goldturbahn. Ah ne, es ist... Dingens. 1,613. 1,613. 1,613. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Komm mal her. Brauch ich, brauch ich, brauch ich, brauch ich. So. Ähm... Okay, okay. Dann gebe ich den so'n Ding. So, Black Rose. So, Black Rose. Black Rose. Weißt du das? Lass doch. Ja? Geschönk. Ähm, eben Holz, Rüstung, wo alles, ja? Jo. Hey, du... Ouau cupcake einen ganzen Büch? Alter. E-M트�IC. entrepreneurial? 10000, man. Aber erstmal das Wichtigste. Ähm... Black Rose. Ma... Wo, doch Legs? Cool. Hat nichts geändert. Ähm... Ich glaube, Mystery habe ich schon mal geupgradet. 3, 7... Ach du Scheiße. 3, 7 Hut. Erstmal. Ganz easy. 3, 7 Hut. Ähm, was kannst du immer tragen? Immer als Erster. 3, 7 Hut, Mann. Ach du Scheiße, ich habe dir noch gar nichts gekauft. Wie nix hiermit? 3, 12. 3, 12. Hoch. Alter. Das nächste. 4, 12. Na, komm. 4, 12. Also erstmal das hier kaufen. Ah, nächster dazu. Und das hier. 3, 12. Was hat sie? Boah, 3, 8. Da muss noch was drauf. So. Ah, Mystery, bist du auch gleich da. So, einmal das hier. Und einmal das hier. Du bist jetzt übel beschenkt, Mann. Und das hier. Ausgerüstet. So. Jetzt kann ich mich endlich mal ausrüsten. Da. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ah, ist egal. Kaufen. Immer diese kacke Unterbrechung manchmal. Hey. Ähm. Was wollte ich jetzt? Ah, Tempo-Sprüche. Fünfzehn. So. Ach, der... Alter, wie rastend hier durch, ey. Erholungsdrank, wollte ich mal nachgucken. Das sind, glaube ich, SP. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. SP. Erholungsdrank. Was war ein Erhol... Erholungsdrank? Das sollte aber irgendwas... Nee. Das war künstlerweise. Muss also 800 wirklich gewesen sein. Ach du kacke. Und ich habe es nicht gerufen. Erstmal Glücksdraht. Volle Kanne. Und Fegenkugeln. Volle Kanne. Vier. Und... Und die jetzt. Komm schon. Ah, wie das nicht klappt. So. Und jetzt speichern. Speichern. Auf hier. Da ich ja ekele wäre, bin, ist mir das egal. Sag ich doch 29 Stunden, ey. Das geht mir ja auch nicht. Ach so. E-Mail. Ja. Hoffentlich kriege ich aber jetzt, äh, ne, 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 E-Mail, wo, äh, drin steht. Wo ich hin muss jetzt so, weil ich keine, äh, Dingenswörter mehr hab. Oh, okay, Sport. Sag mir, ey, allet. Na ja, Goblin. Goldgoblin. So, ne, 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 ne. Wise man. Ep Lab, do, lada, gelb. Die versprochene Strophe des Epitaphs. Verdammniswelle von unbekannter Herkunft. Als die Sterne über den Himmel ziehen, der Horizont sich verdunkelt, die Luft mit Klagen sich füllt. Da kommt aus dem erwählten Land hinter dem Wald ein Zeichen. Die Musik passt dazu leider. Auf dieser Welle reitet Sgayth. Schatten des Todes. Zu bekramen. Was noch steht. Halt er. Ich dachte, ich war verschoben. Alter, das ist viel. Drog der Täuschung. Ines. Mit aller Macht der Illusion. Betrug der Welle. Tut mir leid. Hilft durch die Macht des Magus. Wird ein Tropfen gegen Himmel geschleudert. Zu erschaffen eine neue Welle. Mit der Welle Fitchy. Und die Macht der dunklen Vorhersehung. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich da? Die Hoffnung sinkt. Trauer und Versweiflung regieren. Gores dunkle Pläne verschlucken von der Verdammniswelle. Macher setzte verführerische Fallen. Die Welle bricht. Und niemand kann entkommen. Tavos regiert mit grausamer Beschrafung und Vernichtung. Und nach dieser Apokalypse nach der Welle nur noch Leere. Und aus dem Abgrund dieser Leere erhebt sich Korbenik. Korbenik. Dem Kataklysmus dieser Welle wohnt vielleicht ein Anfang inne. Oh, 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 oh. Bis wahrscheinlich waren die die Monster, denen du begegnet bist. Gates und Ines. Aber wir sollten nicht der Vermutung ausgehen. Kontaktiere am besten die legendären Heddeckerin Helva. Du findest sie im Netzlamm. Oh, cool. Oh, bitte. Ost, Nord, Süd, West, Nord. Das Tor zum Paradies wird sich öffnen. Der Zauber bringt dich zum Netzlamm. Die Güte ist zwielig, Drachen. Sei mit dir. Ach, du Kacke. Was zum... Du hast Weißmund-E-Mail, äh, du hast Weißmund-Mail gelesen, oder? Ich bin ratlos. Was zur Hölle ist Netzlamm? Was soll dieser Zauber? Hast du irgendeine Ordnung? Hast du mal, hast du eine Idee? Oh, gut, ich muss nicht zurückschreiben. Vor kurzem. Du hast mir nicht Bescheid gesagt. Du solltest mir doch Bescheid sagen, wenn du in Duord bist. Ich bin eingeloggt. Falls du mich rufen willst. Mistrill. Finde ich großartig. Na, warte denn. Und wie ist Bonbons mit Schokoladengeschmack? Habe ich das geschrieben? Ah, ne. Und wie ist Bonbons mit Schokoladengeschmack? Nicht wie diese Kaffee-Bonbons, die nur eine Schicht haben, sondern ein ganzes Bonbon voller Schokoladengeschmack. Kommt man die einfach in so einen normalen Laden? Ich denke, das stimmt nicht. Warum isst man dann einfach Schokolade mit normalen Bonbons? Ah, ja, komm, komm. Bist du verliebt? Oh, was Dieter fragt. Ey, auch wenn du mit Spielen und Schule sehr beschäftigt bist, vergiss nicht, dich zu verlieben. Liebe, so lange her. Seufs. Und da darf ich nicht zurückschreiben, ne? Team. Ich denke, unsere Teamarbeit hat sich verbessert. Ich glaube, wir sind jetzt Brüder. Ih, nee, bitte nicht. Natsume, eine Frage. Bin ich hilfreich? Ich fühle mich, als ob ich immer nur im Weg wäre. Ehrlich, nehme ich auch nie mit. Ich werde mich immer anstrengen, also melde dich bei mir. Bitte wieder. Kein, kein, kein Titel halt. Moonstone, gute Sache, mit dir zu arbeiten. Marlo, hey. Für die ganze Zeit mit dir musst du mal einen ausgeben. Nur ein Scherz. Ich mag es nicht, einen ausgeben zu bekommen. Rachel. Auch kein Titel, kein Betreff. Du musst mein Geschäft... Du bist mein Geschäftspartner. Lass uns jede Menge Kohle verlieben. Ich will keine Kohle haben, den brauchst du aber nicht. Doch, ich brauche es. So. Wir haben einen Titel nicht bekommen, ne? Aber wir haben... Dinges bekommen. Bord. Ist das ein Ereignischarakter? Seltsamer Typ. Oh, doch wieder was. Da war ein komischer Typ, der was gefaset hat in... Lambda? Lambda verstreut fossil Meilenstein. Der hat was von einem Nitzlamm gesagt. Ist das so eine Art von Ereignis oder so? Oh, oh. Welcher Typ? Ich will erstmal wissen, welcher Typ. IT-Mit. Verschwörung. Selbst wenn nicht IT-Mit hat... Äh, äh, äh... Selbst wenn nicht IT-Mit hat Fett davon profitiert. Die kontrollieren jetzt 100% des Marktes. Marktes. Ja, war schon richtig. Ich weiß nicht recht, ob IT mit der perfekten OS ist. In letzter Zeit muckt... Muckt es so rum? Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Das Wort muckt. Ha, und als sie ins Spiel wollte, da ist es total durchgetickt. So was kann man sagen. Durchticken. Das geht immer. Rauchergesetz. Außenseiter. Rauchergesetz. Das wäre doch Bullshit, wenn sowas kommen würde. Ich meine, heute gibt es doch an jeder Ecke eine Nichtraucherzone. Und jetzt wollen die auch noch ein Gesetz dazu machen. Die Regierung stinkt. Ha, die Regierung raucht hoch. Ha, du hast recht. Wenn die Einschreckungen für Raucher so weitergehen, kann ich bald nur noch in meinem eigenen Zimmer rauchen. Scheiß Raucher. Anstatt so ist die Sachen komplett zu verbannen, wäre es doch besser, getrennte Gebiete zu machen. Rauchers mit Elfermal, weiß ich nicht. Nichts gegen euch. Aber ich mag keine Raucher. Das ist die Corporation berecht. Ich rauche an sich auch selber nicht. Schön reich. Ist okay, dass sie Geld verdienen. Aber denk doch mal nach. Das kommt alles von uns. Den Usern. Da wäre es doch echt eine gute Sache, wenn sie den Beitrag für The World runtersetzen würden. Jo. Noch mehr? Nö. Also jetzt habe ich diesen einen einzigen Dingens bekommen. Oh nein, ich bin nicht zurückgegangen. Jetzt könnte ich auch wieder ein Dingens bekommen. Na ja. Änderlich. Ein bisschen. Dum 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 dum. Mystery. Black Rose. Meine Stimme an sich selbst. Black Rose. Lambda. Scattering Fossils Milestone. Lambda. Scattering Fossils Milestone. Einmal reicht. Ich weiß, Doppeltail ist besser, aber warte. Ich muss speichern. Ich glaube, Black Rose will wieder mit. Ich habe es gewusst. Warte. Wisst ihr was? Wenn ich schon dabei bin. Buch. Ähm. Schlüsselgegenstände. Gleich mal die Bücher rausschmeißen. Und auch mal überspringen. Oh. 60 Gebiete. Macht ein neues Bild. Hm. Die Versuchung ist nah. Ah ne. Hier drücken. Oh. Wunderbar. Was ist da nicht schon? Oh neue Musik. Hm. Ich will keine Filme jetzt erstmal haben. Film 30. Das geht immer nach einer Reihenfolge irgendwie. Erst Bild. Dann Musik. Und dann filmen. Und das immer wieder. Achso. Hier brauche ich ja nicht mehr reingucken eigentlich. Weil trotzdem mache ich das. Oh. Eine Wetterstatue brauche ich noch. Und dann kommt vielleicht noch was. Ah. Die letzte. Komm schon. Na fuck. Oslo. Das passiert nur mal, wenn man sich jetzt halt immer. Hä. Äh. Einloggt. Obwohl man weiß, dass er so rückschreibt. Oh wie. Im Fiction. Das war es ja richtig. Und da wusste ich das noch nicht mehr. Ähm. Ja. Ich glaube ab Herbst gibt es zum Beispiel auch Bonbons mit dem Geschmack von weißer Schokolade. Neue Geschmäcker. Im Herbst. Bitter Schokoladengeschmack. Mandelschokoladengeschmack. Iii. Oh ne. Das war ne Frage. Ne. Ekelhaft. Ich hasse Fragen. Komm. Ja. Die werde ich dann wohl gleich tütenweise kaufen und fett werden. Oh. He. Aber wenn man sie nicht, äh, sich nicht gleich holt, sind sie meisten schon wieder ausverkauft. Ich bin immer noch tot unglücklich, dass ich die See-Igel-Bonbons nicht bekommen habe. Hm. See-Igel-Bonbons. Oh. Was ist denn das? He. Ich habe mich eingeloggt. Hm. Ich kann weder nicht kriegen eine E-Mail. Tick, tick, tsch. Na? Laden? Ah. Jetzt mal speichern. Ich habe nämlich nicht gespeichert, glaube ich. So. Gleich kriege ich auch 900 Leben, weil ich der Werb bin. Aber ich bin noch nicht gestorben. In... Fast 30 Stunden Spielzeug. Das ist gut. Aber das werde ich nicht immer schaffen. So. Ich glaube, die will mit, oder? Ja. Ah. Gebiet gepostet an Bord. In dem eine mysteriöse Gestalt gesichtet wurde. 46. Oh, ich habe mich fast hier überhaupt, Alter. Ich glaube, Black Rose will mit. Obwohl, ich teste erst mal. 46, 46, 46. Huch, die läuft sich aber, ist nie un... Also, theoretisch so. Miau, 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 miau. Oh. Wo ist, ähm, äh, Wiseman? Oh, ist natürlich nicht da. Wenn ich es mal testen will. So, die... Bist du da? Oh, die ist nie da. Die... Kack, nur... Äh, ja. 603, 603. Hm. Ich bin sicher, dass Black Rose da nicht mit will, aber manchmal ist das wirklich so, dass ich trotzdem mit anderen hin kann. Darum teste ich das immer. Immer, immer, Mambo. Ich bin sicher, dass Black Rose da nicht so etwas sagen wird. Jaaah. Ich bin sicher, dass Black Rose da nicht so gut reden wird. Malo nehme ich denn mit. Danke. So. Malo. Also, Black Rose. Rose? Und... Malo. Ich hasse den Typen irgendwie. Ich glaube, der war recht stark. Dann lass uns. Ich kann wetten, dass es geschützt. Oh, doch nicht. Dann ist gut. Hab ich gespeichert? Ja, hab ich. Streit, Fossil, Meilenstein.